Inzwischen haben wir Viertler-Welfi. Es ist lange darauf gefiebert worden, jetzt ist es soweit. Welches wird der grosse Song für das Fürstentum Leuchtenstein für das 300-Jahr-Jubiläum? Ist es Rahelöri oder sind es Rees? Das sind die beiden Finalisten und es sind alle bei uns im Studio. Schönen guten Tag miteinander. Also wir haben gerade vorhin gesagt, so viele Leute sind noch nie im Studio, deswegen müssen wir schon so ein bisschen hören. Fabian Reuterle ist auch noch da von Leuchtenstein Marketing. Rahel, wie geht's? Brutal nervös. Beim Oli ist es ein bisschen lockerer, oder? Nicht unbedingt. Man sieht es vielleicht nicht an, aber es wird schon angespannt. Okay, gut. Aber es kommt alles gut. Fabian Reuterle hat das Wichtigste schon dabei. Schönen guten Tag, Fabian. Ja, hallo. Vorzähl mal ein bisschen, wie ist das Ganze abgelaufen? Wie sind die Zahlen, die du uns sagen kannst? Ja, also wir hatten 29 Songs, die da eingereicht waren. Und dann sind wir, sind daraus fünf Finalisten gehört, oder Halbfinalisten gehört worden. Und jetzt haben wir eben im Finale aus den zwei der eine offizielle Leuchtenstein-Song gesucht. Und jetzt freue ich mich natürlich wahnsinnig, zu verkünden können, wer aus den beiden das gewonnen hat. Und zwar haben wir auf der einen Seite die zwei Songs gesehen von Rahel Örimalin und von R.A.S. featuring Soul. Und wir hatten insgesamt 2.248 abgebene Stimmen. Davon sind gültig gesehen 2.209. Und der Act, wo er am meisten Stimmen übergekommen hat, hat 1.301 Stimmen übergekommen. Zweitplatzierte 908. Und es freut mich wahnsinnig, zum jetzt der offizielle Leuchtenstein-Song bekannt gehen zu dürfen. Ich schaue in die Gesichter von R.A.S. und von Rahel Örimalin und bin gespannt auf die Reaktionen. Und es hat gewonnen. Rahel Örimalin mit Dr.A.R.A.S. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Und wir feiern schon mal ein bisschen. Und jetzt hören wir uns auch den offizielle Song, der gewonnen hat. Der Leuchtenstein-Song zum 300-Jahr-Jubiläum. Rahel Örimalin mit Dr.A.S. Egal ob Geld und Schau, das ist Ljachtasch da. Jeder sieht der Hoi und Ciao. Egal ob Kind, Ma oder Frau. Sichtstuzen ist normal wie Berg und Tal. Fick, Beck, Kassner, Sprenger, Säger. Pöhl, Markser, Kieber, Fäger. Hustle